Aber zumindest gibt es jetzt eine faire Punkteberechnung, das ist gut. Jetzt kommt nämlich Fechten. Wie geht Fechten? Ich hab keine Ahnung. Sag mir doch mal, wie Fechten geht. Ich leide ja immer nur, dass ich muss der Erste sein, der es rausfindet und dann euch sagt, wie es geht. Du machst das schon. Ja, wir vertrauen dir, Eddie. Warning, nearing Pist Limit. Nach rechts, du darfst nicht nach links laufen. Lauf nach rechts. Rechts, rechts, ja, sehr schön. Wie schlägst du? Mit der Taste? Ja, das sieht ein bisschen aus wie Prince of Persia in der Beta-Version. Der erste Teil. Hit a word to computer. Scheint mir die leichteste Disziplin zu sein, die du ausgesucht hast. Hit a word to computer. Was ihr nicht wisst, wir haben, also Eddie heißt Computer in dem Spiel, ne? Was machst du denn da? Sieht das irgendwie so aus, als ob ich's wüsste? Jetzt, wo du pariert hast. Jetzt, 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 jetzt. Shiri, der hat ihn doch getroffen. Ja! Wahnsinn, Alter. Komm, Alter, den machst du platt. Der kann nichts. Ich kenn den. Der hat ganz große Schwächen. Nicht da, außer bis. Nein, ich geh ja wieder zurück. Wie schlecht ist denn du eigentlich? Ach, sag mir der erst, wenn Maxi durch ist, ne? Ja. Vielleicht hab ich's bis dahin auch rausgefunden. Du machst ja immer irgendwas. Schlag ihn, hau ihn. Oh Mist, das ist doch so... Gut, ich bin dran. Nee. Ach nee, Eddie ist noch dran. Also da, da das Spiel ja drei Minuten geht, könnte es sein, dass... Meinst du, dass die Sendung vorbei ist, bis Eddie fertig ist? Ja. Und das könnte dann nämlich bedeuten, dass wir die Gewinner sind, weil wir haben ja schon mal einen Treffer. Setz. Jetzt. Also ihr seid Gewinner mit einer herausragenden Leistung, Matt. Jetzt! Ja. So, komm, jetzt mach ich weiter platt. Das ist wie Smash Brothers. Mhm. So ähnlich. Das ist eine der spannenderen Disziplinen auch, sicherlich für den Zuschauer. Ja. Sehr genussvoll. Sollen wir die einfach streichen und direkt zunächst mitgehen? Ja, aber ernsthaft, aber wie geht das? Weil das macht keinen Sinn, wenn wir die jetzt zu Ende spielen, ist die Zeit und man ist mir nicht. Bower over. Computer ruined. Ich weiß nicht, ob man die abbrechen kann. Alt F4 ist ne gute Abbruch. Das ist faszinierend, dem Arie zuzugucken. Das ist wie so Smash Over. Ja, damals waren die Spiele noch schnell drücken, die erste Zelle. Die erste Zelle. Die erste Zelle. Die erste Zelle. Hey, Maxi, komm. Ja. Ein, äh, erster Treffer zählt, ne? Mein erster Treffer zählt. Hau rein. Alles klar. Kann man nicht. Kompetition. La Kompetition est ouvrir. Was machst du denn da? Wie drückst du denn das? Wenn du nach rechts gehen willst, musst du nach rechts gehen und drücken. Okay. Hast du verloren? Hast gewonnen? Ne, ich lauf noch. Hast du einen Treffer gerade gesetzt? Ne, hab ich nicht. Dann hast du jetzt ja offiziell verloren. Max, Max. Ja, hallo. Man, da haben wir uns ja die spannendste Disziplin zum Schluss aufgehoben. Wer war nochmal für Fechten? Eddie, glaube ich, war Fechten. Wer war nochmal für Summer Games 2? Ja, wer war für... Ich weiß es auch nicht. Der kann sich überhaupt nicht bewegen. Guck mal, der ist fechtbewegungsunfähig. Ja, jetzt. Chimp, chimp, chimp. Ah, chimp, 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 chimp. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Zeit habe, sehe ich das richtig, um alle Disziplinen zu Ende zu spielen. Chimp, 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 chimp. Ah, chimp, chimp, chimp. Wer ist dafür, dass wir einen fairen Zweikampf machen in... Schnick, schnack, schnuck. Ja, müssen wir machen. Komm, schnick, schnack, schnuck. Jetzt kommt, Leute. Macht die Zeit. Komm, komm. Schnick, schnack, schnuck. Ist der Sieg? 2-0, ja. So, komm, 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 komm. Achso, okay. Schnick, schnack, schnack, schnuck. Nicht so schnell. Schnick, schnack, schnuck. Yes. Schnick, schnack, schnuck. Yes, yes. Yes. Wuhu. Yes. 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 Hey, wir müssen noch was sagen. Hör mal auf, Lärm zu machen. Lärm ist böse und lädt zum Abschalten ein. Erstmal, ja, genau. Just to try.